Unser Leben ist von Technik geprägt. Mit Technik überwinden wir seit jeher immer neue Grenzen. Und es sind Menschen, die Technik weiterentwickeln. Werner von Siemens hatte eine enorme Vorstellungskraft und setzte viele seiner Ideen um. Neues kam so in die Welt. Der Zeigertelegraf, die elektrische Eisenbahn, die außeruniversitäre Grundlagenforschung und ein besserer Schutz von Erfindungen. Werner von Siemens hat seine Zeit geprägt. Als Unternehmer, als Gestalter und als Entwickler der Technikforschung. Der Werner von Siemens Ring ist eine Auszeichnung solch besonderer Lebensleistungen. Und das bereits seit mehr als 100 Jahren. So macht Karl von Linde mit der technischen Verflüssigung der Luft eine bahnbrechende Entdeckung. Karl Ziegler ermöglicht mit katalytischen Verfahren kostengünstige, leichte Werkstoffe aus Kohlenstoff. Fritz Peter Schäfer macht Laserlicht durch den Einsatz von Farbstoffen erstmals bunt. Arthur Fischer hält mit seinen Dübeln die Welt zusammen. Hermann Scholl bringt mit Mikroelektronik mehr Sicherheit in den Verkehr und rettet Menschenleben. Joachim Milberg und Hasso Plattner schaffen mit Digitalisierung und Mobilität eine engere Vernetzung und verändern die Welt. Auch in Zukunft wird Technik uns neue Horizonte eröffnen. Dafür setzen wir uns ein. Mit Begeisterung und Verantwortung. Stiftung Werner von Siemens Ring